herzlich willkommen liebe zuschauer zu einer neuen folge berliner rezept und heute ist mein gast thomas lutze bundestagsabgeordneter der partei die linke sie sind wirtschaftspolitischer sprecher ihrer fraktion und ganz nebenbei auch vorsitzender des landesverbandes im saarland richtig und ich fange mal mit so einer persönlichen frage an sie sind sie haben ja ein eine einen beruflichen werdegang sie waren montageschlosser ja sie haben sich also noch richtig sage ich jetzt mal händisch bewährt am arbeitsplatz sind also nicht so klassisch weiß ich nicht wie sagt man kreißsaal hörsaal plenarsaal ich habe ganz klassisch in der gießerei gelernt damals in der früheren ddr leipzig und habe von der pika auf mein hardware gelernt bin nach der wende die vielen jüngeren leute in dem bereich erst mal arbeitslos geworden bin dann in den westen gegangen habe dort als monteur bei einer leiharbeitsfirma bearbeitet eine zeitlang bis ich merkte naja hast vielleicht nicht umsonst das abitur gemacht und habe mich dann entschieden zu studieren gibt es trotzdem sowas wie oder sagen ihnen begriffe wie klassenbewusstsein und sagt ihnen das noch was ist das was was oder ist es so so weit weg dass sie sagen ich kann mich noch ganz dumm an meine schulzeit erinnern das war ja nur das bildungssystem der früheren ddr alltagssprache wir als junge leute haben das nie für ernst genommen das war für uns keine realität weil wir in letzter zeit häufiger wieder diskussionen haben die ja schon daran erinnern dass man sagt es spielt schon eine rolle wo ich geboren bin wie ich geboren bin wo rein ich geboren bin welche chancen habe ich ist das was was sie bewegt es bewegt mich moment nicht gibt es andere probleme hier im land auch persönlich hat man andere probleme aber es ist natürlich so dass die art und weise wie man aufgewachsen ist ich habe jetzt knapp vierjährige tochter und da erinnert man sich an einiges jetzt ein bisschen zurück ich bin mittlerweile 50 also schon ein bisschen älterer vater und da möchte man vor allem ja auch nichts falsch machen und erinnert man sich an die guten und die negativen sachen die man selber in der kindheit hatte und will das natürlich korrigieren das ganz natürlich das saarland in dem sie jetzt zu hause sind sozusagen seit vielen vielen jahren 30 jahre dann wenn ich das so grob überreiße hat ja eine sehr historische bedeutung für die deutsch französische freundschaft und so eine art bindeglied zwischen den beiden ländern und man hat in der korona krise das gefühl bekommen dass da was zerbricht oder zumindest ins wanken gerät was ist da passiert das war erschreckend also ich bin seit 30 jahren im saarland ich habe das auch miterlebt wie die grenzen damals endgültig weggefallen sind also ich als die einungssich in saarland kam gab es schon wenige grenzkontrollen aber sie gab es noch das dann weggefallen also für mich ist das was völlig normales und was schon erschreckend war ist wie schnell wenn man bestimmte vorurteile wieder in den medien kolportiert oder vorsagt wie schnell alte ressentiments wieder aufbrechen und das war wirklich ganz ganz bitter mit zu erleben die franzosen also der saarländische innenminister zum beispiel von tief der sprach von die franzosen also nach dem motto das sind fremde das sind eindringlinge das sind diejenigen die corona zu uns bringen das war schon heftig und ich fand das gut dass selbst bis in die reihen der cdu es dort stimmen gehabt die ganz deutlich gesagt haben so geht es ist das wofür ist das ein zeichen ist das ein zeichen dafür dass wir dann wenn es schwierig wird doch wieder nationale egoismen verfallen wir müssen wissen dass das dünnes eis ist auf dem wir uns begeben und das von irgendwelchen etiketten und vielen slogans stichwort frühere ddr aber auch nicht viel anders also ich mache eine großregion saarlow lux und alles mögliche wenn das an der basis bei der normalen bevölkerung nicht gelebt ist wenn die grenze nur dafür da ist dass man billig in luxemburg tanken und feine sachen in frankreich einkaufen kann wenn das alles ist dann ist es zu wenig das reicht nicht das heißt wie das würde bedeuten dass dieses europa oder der europäische gedanke selbst in so einer region wie dem saarland wo man es eigentlich eher vermuten würde doch nicht so fest verankert ist oder doch wie wie erklärt man hat auf der einen seite eine feste verankernung dessen dass es keine grenzen mehr gibt ja man kann als deutscher als saarländer problemlos nach frankreich fahren und in den ersten 20 kilometern in jeden laden wie in gas flitte gehen dort wird auch deutsch gesprochen zumindest deutsch verstanden also man spürt eigentlich gar nicht dass man im ausland ist wie das klassischerweise sagen würde das problem sind wie gesagt jetzt solche aktuellen konfliktfälle oder krisenfälle da beweist sich ja ob die freundschaft der zusammenheit tatsächlich da ist oder ob egoismen stärker sind und da gab es an einigen stellen schon zweifel auf beiden seiten das ist keine einseitige sache ich halte das jetzt noch nicht so für gefährlich dass man sagen kann wir kommen in zeiten zurück wo es kriege gab zwischen beiden nationen und so weiter aber es hat mich schon erschrocken dass eben wie gesagt das eis der freundschaft sehr sehr dünn ist und hat mich auch ein bisschen daran erinnert wo früher in der ddr leipzig sprachen so von deutsch sowjetischer freundschaft auch nichts mehr durchgegeben ist viel kommuniziert wurde und am ende war es bewusst geworden aber im grunde hätte man hätte man corona hätte es eine chance gegeben ihrer saß aus ihrer sicht corona europäisch zu lösen hat es dafür genügend eine basis gegeben man muss es wenn es noch eine zweite welle geben sollte was wir eigentlich hoffen machen wir etwas vergleichbares kommen man muss jetzt aus den erfahrungen die man gemacht hat lange alle regierung opposition gesellschaft verbände vereine alle alle die dazu gehören es konnte niemand wissen es gab kein rezept in der schublade was hätte man machen wie hätte man es machen sollen vieles musste ausprobiert werden es hat auch einiges an unsinn dabei aber wenn heutzutage zum beispiel die maskenpflicht debattiert wird und andere sachen wahrscheinlich können wir froh sein dass wir es noch rechtzeitig eingeführt haben damit es nicht so weit gekommen ist wie zum beispiel in usa es gab kein patentrezept das ist einfach so so da kann man auch immer den vorwurf machen auch den bundesgesundheitsminister gegenüber haben so viele auf facebook geschrieben was alles falsch war und so weiter mein gott was wäre gewesen wenn ich oder jemand anderes in der position gewesen wäre wir hätten auch fehlere machen die sorge die ja ein bisschen da ist ist dass es negative rückwirkungen dann am ende doch auf dieses gemeinsame europa geben könnte und so hat damit meine ich einerseits sozusagen dass dieses europäische gefühl dass der europäische gedanke und zum anderen aber auch ganz konkret das gemeint das gemeinsame der gemeinsame wirtschaftsraum der ja auch plötzlich von heute auf morgen quasi einem anderen ziel zunächst einmal geopfert wurde man sagte so grenzendicht ende gelände egal was auch immer ist die verpflichtung ist kein großer freund von diesen begriffen wie europäisches gefühl oder sowas ich glaube dass es nicht gelebt bei weiten teilen deswegen sind auch viele länder so anfällig für nationalismen für rechtspopulistische rechtsextreme parteien teilweise faschistische parteien es gibt das europa als lebensgefühl nicht es gibt regionen in europa es gibt tatsächlich auch noch nach wie vor nationalstaaten ob das alles positiv ist mal dahingestellt aber ich glaube solange wir es nicht schaffen auch einen sozialen zusammenhalt innerhalb von europa zu schaffen bleibt das unvollkommen für mich bleibt europa immer noch der raum zwischen atlantik und moral und da fehlt auch ein teil wo wir unter europa bezeichnen ist eigentlich die europäische union sondern lange nicht europa jetzt gibt es auch im im kontext wir haben das gerade schon angesprochen so so ganz ganz seltsame wünsche zurück zu einer nationalen grundversorgung sage ich jetzt mal ja also dass wir es werden plötzlich globalisierung aber unter einem anderen aspekt kritisch gesehen wie sehen sie das ist die globalisierung jetzt ist die beschmutzt ist das ist das offen auf dem absteigenden ast globalisierung oder sind die chinesen an allem schuld wie wie erleben sie das ist natürlich ein widerspruch dass deutschland und andere europäische länder in der lage sind die modernsten automobile zu bauen alles mit technologisch zu haben aber so einer maske für paar cent sind wir da nicht in der lage zu produzieren beziehungsweise ausgelagert selbst in der hochtechnologie ist es ja so dass gerade bei elektromobilität ist nach wie vor nicht möglich ist in deutschland autobatterien herzustellen als verlagert worden das hat aber nichts mit nationalismus zu tun das hängt für meine begriffe aus der wirtschaftspolitik heraus mit regionalen wirtschaftskreisläufen zusammen es gibt viele positive aspekte bei der globalisierung das ist zweifellos wichtig aber bitte ich brauche keine tomaten aus marokko die kann ich auch hier und da werden die marokkaner möglicherweise anders sehen möglicherweise das ist richtig aber bestimmte handelsformen die sich entwickelt haben jetzt mal als beispiel genannt aber diese einfache schutzmassen ist ja das beste beispiel dass wir bestimmte sachen oder bestimmte medizinprodukte wo man einfach von abhängig ist als volkswirtschaft als gesellschaft und so weiter da müsste es für meine begriffe reserven zumindest geben dass solche sachen auch hier produziert werden können ich weiß was das ging einfach nicht ich versuche es noch mal ideologisch wobei ich da bei ihnen nicht so richtig weiterkommen wenn wir wenn wir uns jetzt die reaktion auf die krise anschauen dann haben auf einmal teile der gesellschaft die bisher nicht dafür bekannt waren den staat als einzigen rettungsanker begriffen und haben nach dem staat geschrien nach staatlichen hilfen nach staatlicher regulierung da stand da muss ihnen doch das herz aufgegangen sein naja man kann auf der einen seite gerade als parlamentarier sagen hbh wir haben recht gehabt wir haben bestimmte sachen man könnte da im archiv gucken vor fünf vor zehn jahren im deutschen bundestag schon gefordert die heute von der regierung umgesetzt werden haben mittlerweile sind so alle verfechter von mindestlohn und so weiter wir waren als partei der ersten die das gehört haben aber es hilft ja nicht weiter man muss ja nach vorne schauen nicht nach hinten gucken was hat man möglicherweise früher schon erkannt unsere partei meine fraktion ist auch nicht weder wir haben vielleicht auch schon sachen beantragt die sich nachträglich als überflüssig herausgestellt haben das liegt in der natur der sache aber es ist richtig wir brauchen einen staat und ein verständnis von staat wo man sagt das grundgerüst eines gebäudes angefangen vom fundament das muss der staat haben auch das infrastruktur das krankenhäuser und so weiter sind da hat quasi die privatrechtliche die private kapitalverwertung nicht zu suchen und dann gibt es bereiche da kann ich den freien markt laufen lassen also es macht keinen sinn eine automobilfirma zu verstaatlichen oder eine lufthansa zu verstaatlichen oder irgendwelche sachen aber bestimmte bereiche wie krankenhäuser wie schulen kitas also kein mensch kommt auf die idee die polizei zu privatisieren aber bei krankenhäusern macht man sich fragt mich warum das eines 110 das andere ist 112 das wird in staatlicher hand das ist das fundament was ich meine das hat wirklich in staatlich zu bleiben und da kommt man jetzt ein stück weit wieder hin und das ist gut so es gab auch eine interessante diskussion auch von dem von dem frontvorlauf her her habe ich von den grünen hat mindestpreise oder preisfestlegungen für fleisch gefordert und dietmar badsch hat die widersprochen und das ist ja auf den ersten blick vielleicht möglicherweise überraschend weil natürlich die preisfestlegung unter sozialistischen bedingungen schon eine ganz zentrale rolle ist oder eine ganz zentrale rolle spielt wie sehen sie das denn jetzt sollen preise festgelegt soll der staat preise festlegen oder so was der staat machen muss gerade im landwirtschaftsbereich ist dass es garantierte mindestabnahmepreise für die bäuerinnen und bäuer und bauern gibt neben den anderen regularien also bei der steilgrößen und so weiter da muss der staat eingreifen da gibt es zum teil sachen ob das tierschutz die theoretischen sachen die müssen korrigiert werden und wenn ich das korrigiere also wenn die tiere vernünftig gehalten werden und wenn die bauern einen preis für ihre produkte kriegen dass sie davon leben können wenn sie zum teil teilweise brauchen dann entsteht automatisch in den supermärkten oder fachgeschäften ein preis der deutlich über dem liegen wird wie er heute ist schreibe ich aber wie die alie und co vorgift zu welchem preis er fleisch und wurst verkaufen heißt das noch lange nicht dass das wund in anführungsstrichen bei den erzeugern ankommt also der preisregulierung ja aber beim erzeuger und nicht beim konsument was sagen sie den leuten das ist ja auch ein ein argument in dem kontext dass man sich bestimmte preise dann auch leisten können muss ein nicht geringer teil der bevölkerung liebt von transferleistungen also zum einen ich bin jetzt jahre 69 ich habe das noch ein ganz kleines bisschen miterlebt dass es bei meinen großeltern oder bei meinen eltern nicht dreimal am tag wurst und fleisch und so weiter also bestimmte sachen haben wir uns auch angewöhnt in einer gesellschaft ich mache es jetzt mal fast schon zugespitzt wo fleisch und wurstprodukte billiger sind als obst und gemüse läuft was falsch also den anspruch sollte man für meine begriffe nicht haben das ist keine offenerzeige figur aber auf der anderen seite muss man sich überlegen wir sind glaube ich die dritte oder vier dreiste nation von den großen wirtschaftsnationen statistisch betrachtet wir haben auch einen grenzenlosen reichtum in unserem land wo wir nicht ausreichend angehen und bestimmte sachen dass sich leute etwas nicht leisten können da rede ich jetzt nicht von dritten und zweit waren solche geschichten oder von den ganz normalen waren des täglichen bedarfs wie das mal so schön hieß die sollte man sich deshalb leisten können weil das einkommen ausreichend ist und diejenigen die in arbeitslosigkeit oder soziale elbe sind sollten so gut oder rentnerinnen und rentner sind sollten so gut ausgelastet sein ausgestattet sein dass sie sich den einkauf im supermarkt einmal die woche leisten können und nicht am monatsende mehr kühlschrank haben letzte frage systemrelevant ein begriff der in den letzten monaten auf einmal eine konjunktur hatte das hätte sich im letzten dezember auch noch keiner vorstellen können gibt es was was sie als systemrelevant tatsächlich definieren würden es ist natürlich der ganze bereich der gesundheit dreht bis hin zur krankenpflege alterspflege und so weiter das sind sachen die aus meiner sicht massive defizite hatten krankenhäuser ist dann sehr stark darauf geschaut wurden in anderen bereichen wie zum beispiel der altenpflege hat man so geguckt wenn es korona fälle gab wie ist die mitarbeiterinnen und mitarbeiter und ging in anderen geschichte wir haben eine ganze reihe von berufszweigen aber der übergang ist fließend wann ist ein lkw fahrer systemrelevant wann ist er nicht das kann man ich glaube alle menschen die sich aktiv in der gesellschaft beteiligen durch ihre arbeit tun was für unsere gemeinschaft und damit für system und deine abgrenzen zu machen diesen system relevant und die möglich das heißt ja dann es gäbe welche die nicht systemrelevant sind wann ist ein künstler nicht mehr system relevant ist kunst und kultur ist das system relevant ja oder nein so die betroffenen werden sagen ja viele die nie ins theater gehen sagen was soll ich damit so das ist jemand der nicht ins krankenhaus muss findet vielleicht auch ein krankenhaus überflüssig war zufällig gesund geblieben ich glaube wir müssen eine andere wertschätzung dem faktor arbeit dem mensch als arbeitenden als als lebewesen als geist als geist als geistliche größe mehr relevanz zu schenken das wird eben in unserer gesellschaft das ist eine kapitalistische macht wirtschaftlicher häufig oder passt ausschließlich über das geld definiert und da gibt es zahlreiche gruppen die quasi system relevant sind und wahren und die deutlich zu wenig kalt drucken vielen dank bis hierhin wir machen jetzt noch unsere kurze satzergänzung und sie können kurz oder lang aber je kürzer je besser eigentlich antworten versuchen sie es aber ich glaube das können sie dass ich nicht live beim pokal halbfinale zwischen saarbrücken und bayern dabei sein konnte war für mich nicht tragisch weil ich kein fan des fc bin aber ich habe dem verein trotzdem wieder angesprochen oscar lafontaine ist für mich nach wie vor ein vorbild und einer derjenigen der maßgeblich für die gründung der linken verantwortung mein kaffee trinke ich mit ich trinke seit ersten jahren noch kein kaffee mehr china als unrechtsstaat zu bezeichnen halte ich für überzogen unrechtsstaat ist für mich die ns-diktatur gewesen ein industriellen beruf erlernt zu haben ist für einen bundestagsabgeordneten eine prima ergänzung ein richtungsweisender lebensweg aus der coronakrise lerne ich oh gott eigentlich gar nichts fleisch ist für mich ein notwendiger teil meiner ernährung ja doch heute ist ein bisschen viel vielen dank für den besuch und wir sehen uns bei der nächsten folge reutzendungsweise schluchooh schluch schluch schluch